Willkommen im Aquacentrum, ich bin der Michi und hab was Neues für Euch. Die neue Aquavolta Osmoveda H2 ist eine All in One, installationsfreie Umkehrosmosanlage mit Wasserstoffanreicherung, Heiz- und Kühlfunktion. Sie kann Schadstoffe aus dem Trinkwasser entfernen und reichert dieses mit frisch produziertem Wasserstoff an. Sie gewährleistet so eine sichere Wasserqualität und gesundes Wasser Tag für Tag. Die Schnellheizfunktion bietet die Möglichkeit temperiertes Wasser von 25 bis 100 Grad Celsius innerhalb von Sekunden zu erhalten oder bei Bedarf auf 10 Grad Celsius gekühltes Wasser. Kindersicherung inklusive. Roh- und Abwasser sind in separaten Tanks getrennt. Die Aquavolta Osmoveda H2 kann z.B. im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro oder wo immer ich Trinkwasser benötige aufgestellt werden. Einfach den Stecker in die Steckdose, Wassertank befüllen und frisches, sauberes, wasserstoffhaltiges Trinkwasser genießen. Ab 2022 ist auch ein Modell zur Festinstallation verfügbar. Die Aquavolta Osmo. Angehörigen im Wohnzimmer, Dio. Angehörigen im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Dio. Angehörigen im Wohnzimmer, Biotor, Biotor, DJ. Ab 2022 ist in die im Wohnzimmer, Stasskamp. Angehörigen im Wohnzimmer, Womzimmer,mutzimmer, Dio. Untertitelung des ZDF, 2020